Wie gesagt, ohne Autos, mehr Platz, mehr Luft, weniger Abgase, wir sind gelöst. Für mich als Spediteur wäre es natürlich immer einfacher, einen Parkplatz zu finden, rein schon alleine für Notärzte, Feuerwehren, durch die Straßen frei zu halten. Wenn wir mit den Lieferanten auch Probleme haben wegen der Schule, weil jetzt die Müllabbrücke kommt, die kommen auch nicht durch die anderen, die Postrouten kommen nicht durch oder die anderen. Und umso weniger Verkehr, umso schneller sind wir drin und auch einfach auch wieder weg. Für uns, die wir auch eine Aktivität haben, wird viel mehr lebendig, viel mehr tranquill. Ich glaube, dass das sehr wichtig wäre. Es ist schön, wenn jemand nach der Straße geht und sieht ein Ort, und dann sagen sie, oh, wir gehen und schauen sie, stattdessen zu fahren. Ich hoffe, wenn wir weniger Fahrzeuge haben, kann ich sogar auf der Straße sein.